Schöne Radwege im Orglandkreis. Hallo Herr Böhm, Sie sind ja seit drei Tagen mittlerweile unterwegs auf der Fahrradtour durch unseren schönen Burgenlandkreis. Können Sie ein bisschen was von Ihren Eindrücken der Zeit zur Lupe berichten? Ja, das war wieder ein Erlebnis mit unserem Landrat Harry Reiche durch den Burgenlandkreis zu fahren. Das Wetter hat gepasst, die Sonne hat geschienen und die Wege werden immer besser. Also gerade die Saale Unstruth Elsterrad 8 ist eigentlich unsere Erfolgsgeschichte. Sie verbindet alle Teile des Landkreises. Den westlichen Teil, den östlichen Teil ist insgesamt 180 Kilometer lang und jede Kugel, also im westlichen Teil sind 90 Kilometer und auch jetzt hier, wo wir heute hier in Minkwitz stehen, kann man 90 Kilometer fahren. Das haben wir heute nicht ganz geschafft, sondern nur die 40. Wir sind also heute früh gestartet in Taucha bei der Frau Pötzsch in dem wunderschönen Taucha, waren noch dort beim Bäcker in der Kirche, gucken uns also immer Land und Leute an und treffen uns vor allem mit Leuten. Und da gab es dann bei Rudolf Rübner in Hohenmölzen bei unserem Kfz-Innungsobermeister ein Handwerkertreff. Also auch noch mit dem Elektro-Obermeister, dem Herrn Bodem bis hin zur Heizung Sanitär, Klaus André, waren wir dort mit der Handwerkskammer, dem Herrn Polzin gemeinsam zusammen. Und haben auch über die Entwicklung des Handwerks gesprochen. Das Handwerk ja eine ganz wichtige Stütze unserer Wirtschaft im Burgenlandkreis. Gerade die Klein- und auch Kleinstbetriebe des Handwerks vollbringen viele Dienstleistungen in unseren Orten. Und da war auch wieder Taucha, dass das Beispiel, also mit einem Bäcker oder in vielen anderen Orten, wo wir auch noch aktive Fleischer haben, denke ich, haben wir sehr gute Lebensbedingungen, vor allem auch durch die Dorferneuerung, die Dorfentwicklung auf unseren Orten. Dort sind die Straßen, das Abwasser, alles ist gemacht. Und man sieht es eben auch mit wie viel Liebe, natürlich auch mit sehr viel Geld tun dann eben die Hauseigentümer auch ihre Häuser sehr schön herrichten, die Dächer decken, die Gärten gestalten. Und das macht also wirklich Spaß, durch den Landkreis zu fahren. Und das haben wir auf unserer Radacht, auf der Saale Unstruth Elster Radacht, haben wir eben wirklich am Dienstag sind wir losgefahren. In Laucha haben dort ein neues Weingut angeschaut. Also auch das eine ganz tolle Entwicklung, dass auch junge Leute sich mit Weingütern wieder selbstständig machen. Sind wir also hier in Laucha gestartet, sind dann hoch nach Hirschroda. Also unser Landrat hat jetzt ein E-Bike. Ein E-Bike von der MIFA in Sangerhausen hergestellt mit starkem Akku, sodass er auch wirklich die Finneberge nehmen konnte. Und er ist eben wirklich nach Hirschroda hoch. Dort gibt es eben auch eine Hausschlachterei, den Herrn Berbig, den wir auch über unser LIDER-Programm, die ländliche Entwicklung, unterstützt. Ja, LIDER konnten wir also auch Herrn Berbig mit unterstützen, dass er dort eine wunderschöne Verkaufstheke jetzt auch einrichten konnte. Und dort gab es natürlich eine kleine Stärkung, bevor es dann weiterging nach Steinbach. Steinbach hat sich auch voll dem Konzept von Bad Bibra mitgestellt, als Kneippkurortsicht zu entwickeln. Hat also einen wunderschönen Kneippbrunnen auch hergestellt. Alles in Eigeninitiative der dort ansässigen Unternehmer. Dort sind wir natürlich erst mal in den Kneippbrunnen gestiegen, haben uns ein bisschen abgekühlt, bevor es dann nochmal die Berge hochgingen, über Kalbitz bis nach Saubach. Und wir haben ja vorhin auch schon schöne Bilder gesehen, dann von dem Finne-Unternehmer-Treffen bei Kälte Klima Einicke in Saubach, wo also auch ungefähr an die 20 Unternehmer der Finne letztendlich mit vertreten waren, allen voran Lanner Klose von der Firma Henglein mit 450 Beschäftigten im Kloster Hessler, ist es eben unser Prinzip, auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung Kontakte zu machen, miteinander zu vernetzen. Also größere, kleinere Firmen, auch mal beim Bier, beim Wein, wirklich zwanglos, in zwangloser Runde. Wir waren auch heute hier in Minkwitz, hier sitzen mit dem Industrieparkunternehmen oder mit der Frau Triebe aus Wörchwitz, unserem Humus, dem Milbenkäse aus Wörchwitz. Das gehört eben alles zusammen und das macht unsere Region unverwechselbar. Auch die Kaffees, also gerade jetzt hier in der Elsteraue, man denkt nicht, ein Töpferkaffee in Reemsdorf, was die Frau Findeisen dort für Kraft, für Geld auch reingesteckt hat in die Sanierung des Fachwerkhauses und wie sie eben dort ihre Töpferwerkstatt macht und gleichzeitig noch Kuchen backt, Kaffee anbietet. Also es ist ein Erlebnis, das kann man jedem jetzt nur auf dem Pfingstausflug auch empfehlen. Und danach haben wir die Gelegenheit noch genutzt und sind sogar bis Langendorf gefahren, bis zur Frau Sandra Schwarzburg in das Café Quipini. Mit ihren skandinavischen Accessoires ist das also auch nochmal ein Erlebnis. Kaffee und Kuchen und dann auch noch ganz viel zum Finden, zum Suchen an kleinen Geschenkideen, die sie dort aufbereitet hat nach skandinavischem Stil. Ist das also auch eine hervorragende Ausflugsidee für das kommende Wochenende. Und der Tourismus ist eben ein Wirtschaftsfaktor, ein Wirtschaftsfaktor, der sich entwickelt hat, der gewachsen ist. Und in vielen Orten investiert man auch in Ferienwohnungen, in den Ausbau von Bauernhöfen, um sie eben nutzbar zu machen. Wir haben selbst die letzte Nacht, der Landrat und ich, in Mertendorf in dem Reiterhof Kunze geschlafen. Okay, Herr Böhm, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Wir danken Harry Reiche, dass er sich die Mühe gemacht hat, mit dem Fahrrad durch den Burgenlandkreis zu fahren, mit Ihnen gemeinsam. Wir würden uns sehr freuen, Sie auch in den nächsten Jahren wieder hier in Zeit und Umgebung begrüßen zu dürfen. Insofern wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Sehr gerne, immer wieder. Und dass das mit den Radfahren auch immer besser wird, hat ja unser Landrat heute in Reemsdorf an den Bürgermeister Manfred Meisner auch drei Fördermittelbescheide übergeben aus der Hochwasserfinanzierung, dass also zwei Brücken in Techwitz über die Schwennige zum Beispiel die eine Brücke, aber auch vom Tiergarten bis Zangenberg noch ein Stück Elsterradweg sozusagen wiederhergestellt wird nach dem Hochwasser. Sind das also auch ganz wichtige Fördermittel gewesen in der Summe von 650.000 Euro, die also jetzt in den weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur gesteckt werden können. Ganz toll. Prima. Also wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Danke. Ja, tschüss. Gleichfalls. Wie weit ist denn der vierte Teil? Ja, wir haben schon in Schluss gedreht. Wir arbeiten uns vom Schluss nach vorn. Also ganz, so etwas haben wir noch nie gemacht. Ach so. Kannst du mir was verraten? Ja, es geht um die aktuelle Politik, um die Steuerhinterziehung, um Kleinkriminelle, große Kriminelle. Und ja, wir halten den Spiegel der Gesellschaft vor, mit Hilfe der Olzenbande. Ah, also steckt tieferen Sinn dahinter. Also nicht nur flache Unterhaltung, sondern auch ein tieferes Sinn, ein bisschen Satire dann. Ohne Blutvergießen natürlich, das ist ganz wichtig. Deshalb lieben die Kinder unsere Filme auch. Kriminalität, so ohne Blutvergießen, mit viel Geist, Witz, Humor und ja, eine Satire auf die Gesellschaft, auf Uli Hoeneß und auf all die kleinen Gangstern, großen Gangstern. Kriminelle finden wir ja doch viel in der Politik. Ja, das findet ja immer statt und schon in der Olzenbanden-Zeit damals. Und der Benni, der lebt ja noch von der Olzenbande und der freut sich, dass wir die neuen Themen bearbeiten. Jetzt der Wirke. Habt ihr auch moralischen Anspruch oder gebt ihr auch eine Botschaft dann raus, auch für junge Heranwachsende? Ja, eine Botschaft auf alle Fälle. Man sollte es doch ehrlich versuchen, also sein Glück zu gestalten. Also die kleinen Sachen, die fliegen alle auf. Irgendwie, es kommt immer einer und es kommt doch noch raus, wenn man so kriminell wird und so weiter. Bei den kleinen und bei den großen. Es fehlt. Ich glaube, wir könnten unendlich viele Olzenbanden-Filme drehen, weil es kommen immer neue Sachen dazu und das ist das Interessante. Haben Sie schon die Kreisparkasse gefragt, den Herrn Kino, der mitspielt? Ja, er bekommt eine große Rolle. Er spielt den Schweizer Banker, der an internationale Geldgeschäfte verwickelt ist. Und wir haben auch Jackie Schwarz gewinnen können von Polizeiruf 101 als Kommissar. Also wir haben allein und dann haben wir immer eine besondere Person, so wie Harry Reiche auch, der einen Oberlandesrechter spielt, im Oberlandesgericht. Und das macht die Sache so spannend. Danke dir vielmals. Danke dir vielmals. Danke dir vielmals.